Es ist eine wunderschöne Volksschule, glaube ich zwei Jahre alt und wirklich sehr schön. Turnsaal kann auch verwendet werden, auf der Seite mit Vorhängen für schöne Veranstaltungen, also wirklich eine super Schule. Ich bin die Sophie und ich wohne in Weikersdorf. Ich bin der Pauli und ich wohne auch in Weikersdorf. Wir machen jede Woche im Montag Kinderturnen, eine Stunde von drei bis vier. Seit Herbst 2014. Und wir bauen einen Parcours auf, manchmal. Manchmal kann man nur eine Spielerstunde machen. Jedes Mal was anderes. Zehn, manchmal sind es auch mehr, manchmal weniger, weil andere auch Fußball spielen. Ganz schnell bis zum Tor. Geht schon, hopp! Jeden Montag, das ist fixt am Interpret, dann am Schluss das Stretching, Bauchmuskelübungen. Also für alle war es dabei. Liegestütz. Also wir machen es so selten, aber wenn, das ist das härteste. Noch vier, drei, noch zwei und wir drücken nach oben. Gleich haben wir es, bisschen oben. Zähne zusammen, weiße. Entspannung, duschen und schlafen. Also ich gehe duschen und ja, esse irgendwas, einen Schokokuchen oder sowas. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020